Da sind tatsächlich ein paar Leute draus, ok ok AAAAAAAA Ok, mal sehen wir, dass das Thema ist Hä? Oh, was geht los? Glaub ich? Uuuuuh, game! Let's go! Musik 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 Ne, der hört sich cool an! Der hört sich mal endlich gut an! Musik Nicht immer steuern! Ja, ok Waren kurzen Vergnügen Technikala an Schlecht Er hat mich gehauen Wie viele Schläge brauchen wir, dass jemand steppt? Genug, du schwa- Mh Hau mich weiter Wünsche viel Spaß, mach weiter Ja Mh, machst du gut Die Fortnite-Lobby wartet schon auf dich Noch ein bisschen, noch ein bisschen Ja, hast du es geschafft? Ja, noch einmal, dann hast du die Fortnite-Lobby erreicht Na komm, hau! Ich bin unsichtbar, hallo Ey, hör auf ihn zu schlagen! Was soll das? Ich bin unsichtbar! Hör auf ihn zu schlagen! Ja, hörst du mich? Ich bin unsichtbar Bruder, ich kann mich nicht kleiden Ja, aber dann wunderbar, mein Name ist Helbert Pedersen Ach du Scheiße! Au, Opa! Grüß dich Mox, Enkelchen! Alles klar bei dir, oder was? Gut, ich hole einmal von der Gelase in den Fahrzeug Alles super, ich hatte eine Namensänderung Jetzt heiße ich Diero Delaware Bitte, was? Ich heiße jetzt Diero Delaware Ich hab geheiratet Ja, ich hab nicht ein Wort verstanden Hast du gut gemacht! Ich heiße jetzt Diero Wie Diego Und Delaware Diego Maradona Ja Wunderbar, habe ich mir gemerkt Alles klar, so kannst du dich auch nennen Ich höre einen Motor Ja, das sind ja Oh, da gucken sie Oh, ui Sie sind in der Massage sitzen Oh, das ist schön Moin Moin Sehr, wie geil Schönes Auto haben sie da Ja, ich danke Wir müssen Hör Ich würde ja gerne mit dem Rolls Royce fahren Aber ich hab den jetzt gerade nicht da Der ist in der Reparatur Rolls Royce gibt es ja auch so Ja Ja, natürlich Platinum Kors Ich bin in der Reparatur Ach du Scheiße Wie cool sieht das denn aus Noch nie gesehen Was denn? Das Platinum Kors, Dinger Wenn du willst, gehen wir da hin Ich würde mir das schon ganz gerne mal angucken Ja, das sah schon cool aus Das gefällt mir, gewählt mir Genau, macht das so wie anonym Toast Ist ja ein bisschen kalt hier, ne? In Hamburg noch nicht so, aber Ja, doch In Hamburg war es jetzt auch vor kurzem 8 Grad Da frieh ich mir auch schon die Klöten ab Wie in Hamburg, hä? Ich komm aus Hamburg Wetter her Ja, ich auch Ach du Scheiße, ja Wie? Also Unten Also hier unten Hier kannst du die normalen Sachen kaufen Also die, die du Ähm Die Fahrzeuge, die einfach die Menschen nicht mehr brauchen Moin Michi, alles fit? Kannst du hier abrufen? With Pixie ging nicht Das war zu voll die Whitelast 20 Leute drinnen War cool Ja Ne, wirklich schön hier Hier der Shop Muss ich schon sagen Ach was ist das denn mit? Ach du Scheiße Wie fahren wir hier hoch? Ja und jetzt? Warte, geh mal beim anderen Fahrstuhl Was ist denn jetzt hier für Schrotz? Das will ich also Ah hier ist ja Da war der andere wohl defekt Was passiert jetzt? Der war da Da Einmal in den ersten Stock So Dann sind wir jetzt hier beim ersten Stock Ach du Scheiße Jetzt haben wir hier die Büros Seit wann sind meine Haare denn so dunkel? Deine Haare sind ganz normal eigentlich Ja ne ich mein ich hab immer graue Haare So kacke es auch klingt Aber die Haare Ja ich hab Seiten auf Grundgestand Also ich sag mal so Ich glaub deine Haare kriegen wieder Farbe Ja ich glaube Keine Ahnung Irgendwer ist das ins Getränke mischt Hat mir die Haare gefärbt Was ist denn hier passiert? Ist hier ein Deutschrapper? Wo denn? Hier Achso Der äh Ding Was ich verstanden hab ist Dass der äh Ladenbesitzer Von dem ähm Äh von dem Autohaus hier Auch ähm äh Tupac ähm 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 Hier wie heißt das? Ein Sponsor von Tupac war Ach du Scheiße Tupac 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 Ja Gut wir müssen mal zum Shop Mein ich Müssen wir zum Shop Oder der Äh ja Opa hast du Hunger? Äh ne also Ne Für mich dabei Aber wenn du mal Hunger hast Dann hast du hier Einen 1 äh Deutschen Döner hier Um die Ecke Ach du Scheiße sie vollidiot Meine Güte hier Jetzt hat der Bugatti-Mara jetzt hier schon wieder Geht sie gut hier Alter ist aber Vollidiot Vollidiot Mann Ach du Scheiße Halt sie zu 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 Halt sie gerade gesagt dummer Idiot Wann ist Courier Ahh.. Thröööre acter Was Halt sie zu Halt sie mit dem härer Geh sie hier afschlöre Haft ihr eine Waffe Meinen Gott Ich bin Polizist Natürlich hab ich ne Waffe Falle auPDAT Ich würde gerne Beschwerde einreichen gegen sich selbst. Ich gebe dir gleich eine Beschwerde, Alter. Ich glaube, das muss weiterkontakt werden. Geht's nicht? Ich fahr dich, wir fahren hier weg. Ja, bitte, das ist ja wirklich... Schreckliche Menschen hier, Alter. Schrecklich. Die anderen können nicht fahren, die anderen... Der Auspuff wird sich haben wie eine Panzerfaust. Zieh! Wenn der uns weiterhende herfährt, dann... ...werf dich den. Ich muss noch zur Bank, Alter. Ach du Scheiße! Das geschieht ihm recht. Oh Gott, fahr zu! Das ist mir grad sehr, sehr schlecht. Was ist denn hier los? Fahr zu! Das ist sehr, sehr gefährlich für den Herrn hier neben mir. Ach du Scheiße! Ich bin für seine Sicherheit zuständig und der Herr hier wird die ganze Zeit belästigt von irgendwelchen Passanten. Das kann ja nicht sein. Darf ich ihm nicht sagen? Brexit Gaming. 25? Ah, 25. Blutsbrüder, was ist das denn? Hast du bugged? Bluts! Ja, warte, wir gehen hier zum ATM. Rot, was für eine Scheißfarbe! Meine Herren! Woher seid ihr eigentlich? Was ist das denn hier? Robi? Ja, wer sind sie? Robi, komm mit! Hier! Ja, wer sind sie denn? Was ist das? R-R-I? Was sieht doch in Ordnung aus? Guck mal hier! Ich muss eh zur Bank. Komm mal her! Ja, was ist hier? Geht ihr mal was raus, was auf der Bank hast? Bist du im Kopf? Wie viel Geld hast du auf der Bank? Ey, bist du im Kopf? 25! Bist du im Kopf? Bist du im Kopf? Nein! Sicher! Keinen Kopf? Keinen Kopf? Ey, du bist doch Personalschützer oder was? Ja! Ich bin Personalschützer. Ey, was soll das denn jetzt? Ich brauche ein Handy! Ey! Obi! Obi! Ach du Scheiße! Was ist mit Ihnen los? 40! Ach du Scheiße! Lassen Sie den Herrn gehen! Lassen Sie den Herrn gehen oder ich muss sie ausschalten! Lassen Sie den Herrn gehen! Balla, du Idiot! Oh, oh! Ach du Scheiße! Bleib hinten, bleib hinten, bleib hinten! Oh mein Gott! Da können wir noch alleine sein! Bleib hinten! Die Kugel hat in die Fresse geschossen! Die hat in die Fresse! Die hat in die Fresse! Die hat in die Fresse geschossen! Die Kugel geschmeckt! Ja, wie schmeckt Dir? Blei! Du Idiot! Dicke, was passiert denn hier? ach du scheiße ich habe keine waffe wieso laufen sie so cool ich schütze mich ja ich gucke was ist denn hier los 2000 jahre später ich gebe dir mal schnell handy die geskel jetzt gleich bitte ich spiele ganz so ein jumperspiel was ist denn hier los ich weiß es nicht ich bin hier drin ich schütze dich nur knollen sie die ich bin kein opi mit 54 ich will ein mediziner für meinen kollegen ich werde mediziner für jamal mann alter was war das ansteller wofür ich den was anstrahlen abschneiden kann sie nicht so der scheiße das ist doch ein burgundy wie witzig hier anstrengen das ist ja das ja das ja